Yo, hallo zu und willkommen zurück zu Minecraft Rise. Weiter geht's, wir haben ja letztes Mal in dem Hotel alles platt gemacht. Da ist alles platt gemacht, aber ich hab ein bisschen gebaut und ein paar Sachen weggemacht, wobei der Teppich müsste dann noch weg, deswegen holen wir uns mal ganz kurz eine Schere. Shears. So, guck mal, einen Schafkopf haben wir noch und eine Mobsoul, Sheepman. Also wir können ganz viele Sheepmans machen mit Draconic Evolution, brauche ich aber nicht. So, ich würde mal sagen, wir beginnen mit, oh, ein Buch, mit dem Bereich hier, dass wir das woanders hin verlagern, damit das hier quasi uns hier nicht mehr stört, sondern einfach drüben ist. Wobei, da hätte ich ganz gerne noch irgendwie ganz geile Sachen und zwar, wie hieß das nochmal? Wie hieß das nochmal? Brickstone, nee, warte mal, ähm, äh, Factory Blocks. Wir brauchen Factory Blocks, weil ich möchte da ein bisschen anders, die Sachen machen, dass es mehr aussieht wie so eine Fabrik. So eine Zukunftsfabrik, wenn man so möchte. Da können wir vielleicht Lapis Bricks machen oder diese Ice Bricks, sehen auch ganz cool aus, aber was können wir da denn nehmen für Bricks? Ah, hier sind Factory Blocks. So, nee, das sind ja Kabel, eine, hier sind die. Factory Block Wireframe, äh, in a shade of purple. Nichts schlägt. Aber man könnte eventuell hier mit diesen, mit den Dinger nicht arbeiten. Also baue ich jetzt erstmal hier so einen Standard Factory Block. Und dann können wir den eventuell mal umschisseln. Ich mache mal so zwei Stacks, sollte reichen. Und, ähm, dann brauche ich noch Kabel. Einmal normal ME-Kabel. Genau, ich habe hier einiges an grünen Kabeln und auch an, an, ähm, eine rote, nicht gebaut. Normal ME-Kabel brauche ich nicht noch. Das sollte ja jetzt funktionieren. Schüssel habe ich am Start, Kabel. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir so einiges mit, bauen das da hinten rein, damit es da schon mal läuft. Dann haben wir das aus dem Chunk hier mal verbannt. So sieht das aus. Bäm, 64 Stück. Und dann gehen wir mal rüber. Wie gesagt, schissel am Start. Genau, schissel, dizzle. Schissel, dizzle. Und dann müssen wir jetzt nur noch da rüber latschen. Wir gehen jetzt mal oben her. Immer durch die Tunnel liegt irgendwie so ein bisschen... Ja, ist nicht so schön auf Dauer. Ach ja, warte mal. Ihr habt da was vorjessen. Oh, wo kann ich von drüben holen? Wir gehen nochmal zurück. Und zwar würde ich empfehlen, einem E-Terminal mitzunehmen. Da muss ich nicht immer zurücklaufen, wenn ich was bauen möchte. Eventuell baue ich da die Maschinen sogar neu auf. Geht aber, glaube ich, nicht, weil die anderen Maschinen noch in dem Lager sind. Okay, wir gucken mal, was wir machen. Auf jeden Fall ist hier der Reaktor. Hat den schon mal jemand angemacht? Ne. Oh, Wasser rein und Wasser raus. Sehr geil. Da wird Dampf gemarkt. So, wir nehmen mal eben das Ding hier mit. Und gehen dann rüber ins Hotel. Da haben wir es. Also ehemaliges Hotel. Das war ja mal so angedacht bei Folge 500. Habe ich ja quasi ganz viele Leute eingeladen. Also alle im Grunde, die zu Gast waren und die auch zu dem Zeitpunkt Zeit hatten. Und dann haben wir für Folge 500 den Drachenplatt gemacht. Genau, und hier habe ich jetzt einiges schon weggebaut. Und bin hier schon mit den Kabeln im Raum. Schon mal gut. Wobei die Stromversorgung muss natürlich jetzt noch hingebaut werden. Das wollte ich ja, wie gesagt, am Wochenende machen, im Livestream, an einem Sonntag. Heute Abend, das war auch noch ein... Ne, war gar nicht gestern, aber ein Livestream. Da haben wir aber, glaube ich, gar nicht so viel Rice gemacht. Da war dann eher was anderes. So. Wolle gleich weg. Gibt eigentlich eine Schere so für 3x3 Felder? So eine Tinkas Construct Schere. Das ist ja noch irgendwie witzig. Da entsteht auf jeden Fall jetzt so die Metallverarbeitung. Wir gehen jetzt erstmal auf normale Verarbeitung. Und nachher könnte man den Platz noch nutzen, indem man quasi diese V5-Fachung nimmt. Die ist natürlich ein bisschen Hardcore, aber da gehen wir dann... Oder sollen wir das Deck bauen? Er hat eine V5-Fachung. Ist natürlich aufwendig, aber könnte man eventuell einen Angriff nehmen. Was meint ihr? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Da könnte man auf jeden Fall mal was angehen. So, irgendwie macht mich der Factory-Block an. Ich glaube, irgendwie da aussieht auf dem Boden. Ja, sieht sehr metallisch aus. Auf jeden Fall für den Boden. Und für eine Fabrik. Durchaus akzeptabel. Das ist so wie Riffelblech. Heißt das auch Riffelblech? Wie heißt denn der Block? Eine Metallplatte mit ein bisschen Rost. Okay, sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Wireframe in a shade of purple. Nice one. Okay, aber ich glaube, ich mache trotzdem erstmal die normale Anlage hier hin. Man kann die normale Anlage erstmal hier in die Ecke bauen. Das ist nicht so weit weg von dem Kabel. Und da könnte man dann eventuell die Erz-Vor-Fünffachungs-Maschine hinbauen. Maschine! Und ich würde es, glaube ich, begrüßen, wenn wir hier irgendwie einen Glasboden drin haben, wo wir dann auch die Kabel sehen. Weil es soll ja alles so ein bisschen so, ich sage jetzt einfach mal halb versteckt sein und nicht komplett versteckt. Zumindest so, dass man noch sieht. Oh, das sieht ja mal genial aus. So soll das irgendwie mal aussehen. Jetzt habe ich das Glas kaputt gemacht. Zum Glück kann ich fliegen, da hätte ich jetzt einfach rumlaufen müssen. Fliegen! So, und dann können wir in die Richtung gehen. Ist auf jeden Fall immens, was man hier noch bauen kann, könnte. Und ich sollte auf jeden Fall mal... Eigentlich könnten wir das Ritual mal machen, ne? Soll ich ein Ritual machen? Weil ich sehe gerade wieder, hier ist wieder alles dunkel. Und ich hätte ganz gerne irgendwie den Helm, der Licht macht. Und dafür bräuchten wir ein Ritual. Wisst ihr was? Wir machen eben das Ritual. Das geht einigermaßen. Oh nein. Kabel dran. Dann das Crafting Panel dran. Ach so, ist ja noch gar nicht online. Alles klar. Könnte man aber auf jeden Fall schon mal... Muss ich mir nur noch überlegen, in was die Kabel drin sind. Weil die können ja nicht so bleiben. Also die Hülle. Da hätte ich am liebsten, glaube ich, doch wieder diesen weißen Factory Block. Oh nein! Das war ja krass, Mann. Erweißen, diesen Laboratory Block. Aber vielleicht auch einen anderen. Müssten wir mal gucken. Das Mann von oben ist ja eher ein dunkler Boden. Dann guckt man hier unten rein. Und da ist dann ein hellerer Boden. Das wäre auf jeden Fall cool. Hallo? Okay, bis hierhin könnte man erst mal lassen. Dann machen wir das hier noch weg. Und... Ah ja, genau. Die Erdschicht müsste auch noch weg. Verdammt. Ich hatte mal eine Schaufel in dem Single LP. Da konnte man echt nur so ganz leicht antippen. Weil ich glaube, die hat Efficiency unendlich. Also richtig heftig, weil ich da gebaut hatte. Und gerade in der Hölle, wenn man da war. Dieses Zeug, das kann man ja eh super schnell abbauen. Das war... Riecht der Wahnsinn, wie schnell das weg war. Und ich bin ja auch ein Typ von so wenig Lücken lassen wie möglich. Weil ich habe immer Angst, dass da drin irgendwas spawnt. So sieht es aus. Okay, jetzt könnte man die Kabel umringen. Oben ein Glas drauf. Dann kann das Glas hier weg. Ich glaube, die Wolle bleibt auch nicht. Als Boden. So, wir brauchen ein Heart. Dragonheart. Dann brauchen wir. Kurz überlegen. Obwohl ich glaube, wir können den Helm gar nicht bauen, ne? Draconic Evolution. Weil wenn wir quasi diesen Helm bauen, der im Dunkeln leuchtet, wäre ja der hier. Da bräuchte man den normalen Helm. Den habe ich auf. Dann braucht man den Awakening Core. Und dafür braucht man schon vier Nether Stars. Die habe ich ja noch gar nicht. Okay, vergessen wir das. Oh Mann, oh. Und da, was habe ich genommen? Laboratory Blocks. Oh, habe ich gar nicht mehr viele von. Da bauen wir uns ein paar. Schade. Hätte ich jetzt ganz gerne gemacht, dieses Gerät. Der Gerät. Und jetzt ist die Frage. Wir müssen das natürlich irgendwie cool aufbauen. Und dafür bräuchten wir vielleicht für diese Kanäle mal eine andere Blockart. Diese Lüftungsschächte bräuchten wir da glaube ich nicht. Normalerweise haben wir ja die hier. In einem Wall. Rounded Wall. Ich kann es von hier kaum mehr kennen, weil es so klein ist. Ich glaube wir machen mal die. Aber wir müssen ja erst mal am Anfang die machen. So. Und dann holen wir die Chisel raus. Packen die mal weg. Da rein. Und welche brauche ich mal? Ich glaube die, ne? Mit denen baue ich sonst. Die sind ja relativ glatt. Und Clear Panel. Fuzi. Oder warte mal. Wir probieren mal Fuzi Panel aus. Sind die auch connected? Das wäre awesome. Awesome Fuzi Panel. Ja. Das könnte man so lassen. Ich glaube die nehmen wir. Wenn da drin die Kabel liegen. Also das wäre ja dann so. Ich meine ein ME-Kabel, ein Stromkabel. Mehr müsste da glaube ich auch gar nicht durch. So. Also sind die Kabel dann hier drin gebettet. Oben drauf dann ein Deckel. Dieses leuchtende Glas. Dann hätte man zumindest schon mal hier den Weg einigermaßen ganz cool gestaltet. Rechts und links sind jeweils zwei frei. Perfekt. Ich meine man könnte jetzt auch alle Kabel verstecken. Aber das fände ich dann wiederum. Klar sieht zwar dann schön aus. Weil alles versteckt ist. Aber irgendwie würde mir dann da was fehlen. So optisch, technisch. Und wir brauchen mehr. Mit Clear Panel oder Fuzi. Ne warte. Fuzi Panel hatten wir, ne? Fuzi. Okay dann nehmen wir Fuzi Panel. Ah, ich habe da ein Bildersword, ne? Mach, ich bin so. Das ist dann auch mit meinem Rucksack, den ich habe. Ich vergesse immer die Sachen, die ich habe. Voll oft. Das ist so dumm. Eigentlich müsste ich mir irgendwo ein Post-it dran machen. Und wo dann immer steht. Denke dran. Du hast den Bildersword, du hast einen Knapsack, du hast einen Ender-Pouch. Obwohl den habe ich gerade nicht auf. So, was brauche ich denn noch? Wir brauchen Fuzi Panel. Und dann brauchen wir noch Glas. Genau, Anlighted Clear Glass. Damit es schön leuchtet. Und wir brauchen noch. Kabel gehen so durch. Äh, genau. Wir brauchen noch Kryo-Kabel. Oh, da haben wir noch einiges von. Geilo! Die brauchen wir ja wirklich, weil damit kann man unendlich viel Strom transportieren. Das ist echt obergeil. Obergeil. So. Ich würde sogar fast sagen, dass wir hier von dem grünen Kabel in ein normales Kabel reingehen. Wenn wir die denn haben. Obwohl, die haben wir glaube ich gar nicht, ne? Das ist ja nur in diesem Paket, damit sie die nicht verbinden. Jeweils die einzelnen Dinger könnte man in einzelne Dinger aufteilen, wenn man es mal genau nimmt. So. Total dumm. Und dann kann da drauf das Glas. Ich meine, wir werden jetzt nicht viele, ähm, wie heißt es? Oh, das ist schön hell. Ich meine, wir werden in der Folge jetzt nicht viel schaffen an Technik. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall schon mal ein cooles Kabel verlegen. Hoffe ich zumindest. Und, äh, was hier? Oh. Oh Mann, da habe ich nochmal eine ganze Blöcke. Was ist denn da los? Und wir nehmen mal ganz kurz, nehmen wir mal Stone raus. Stone. Und ich gucke mal, ob wir diese Kabel neu herstellen können. Haben wir überhaupt da? Stone. Stone in Shears. Und zwar brauchen wir ME-Cable. Gebe jetzt so nicht Cable. Da wir brauchen ja, eigentlich brauchen wir die hier. Da brauche ich mal ein bisschen Wolle. Wow. Ich weiß, da werden nicht viele rauskommen, weil die werden jetzt immer gesplittet. Wenn man mal guckt, zack. Die habe ich gebaut, dann brauchen wir die. Hä? Warum ist das so? Okay, warte. So. Wollen wir denn hier, doch, Glowstone war auch da. Warum packt der denn nicht da rein? Okay, jetzt ging es. 16 Stück, geil. Der Hammer, 17. Hä? Ich glaube, es ist gerade ein bisschen verbuggt. 16 ME-Dance-Kable. Damit wir hier unten. Da, weil diese Grauen, diese ohne Farbe, connecten an allen. Und diese anderen, die connecten nicht an allen. So. Wobei, diese grüne Kabel natürlich. Ich glaube, ich lasse das grüne Kabel. Ja, ist alles immer so ein bisschen gucken. Weil dann haben wir zumindest hier ein bisschen Farbenfroheit drin. Ach lol, warum nehme ich denn die Schere, Mann? So, wir nehmen das grüne Kabel. Oh nein. Für das Kabel springe ich auf jeden Fall hinterher, ey. Die sind so selten. Äh, so schwer zu bauen. Ich meine, klar. Jetzt haben wir noch die Wiese, die, äh, die Wiese, die, ähm, wie heißt das? Den Teppich, der hier noch ist, der bleibt aber nicht. Der kommt ja schön weg. Und hier unten wird erstmal der Gang zugebaut. So, dann können wir die Schere reintun und dann kommen diese Blöcke. Ich weiß noch gar nicht, wie das aussieht, aber das sehen wir jetzt. Im Hinblick dessen, dass quasi die Wände irgendwann komplett anders aussehen, könnte es vielleicht aussehen. Dann müssen wir mal gucken. Bänke kommen ja auch noch weg. Und ich glaube, so viele Blöcke haben wir gar nicht. Probieren wir mal aus. Probieren wir mal aus. So, dann machen wir hier zu. Ich glaube, beim Thumbnail sieht man wieder, wie es ausgesehen oder wie es aussieht. Thumbnail sind immer so ein bisschen Spoiler-mäßig bei mir. Aber andere, die machen keine Thumbnail-Spoiler mitunter, ähm, die nennen halt die Folge so, wie das Krasseste, was in der Folge passiert ist. Ich meine, das habe ich auch mal gemacht, so, keine Ahnung, ähm, Aufnahme gestürmt. Und dann macht man an und sieht genau im Teaser, wie die Aufnahme gestürmt wird. Und das war dann quasi die Titel der Folge. Dann denke ich mir so, hm, ist doch die ganze Folge ja schon gesehen. Warum soll ich denn noch weitergucken? Nein, Quatsch. Nein, du wirst, glaube ich, was ich meine in Sachen Folgentitel. So. Aber ich glaube, ähm, damit haben wir wieder einiges geschafft. Ich meine, klar, jetzt wurde nicht viel Technisches gemacht. Aber ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Und darum geht es ja hier auch, dass nicht nur alles, ähm, ja, funktionell ist, sondern auch alles stylisch aussieht. Sonst könnt ihr auch irgendwo eine Wand voll mit Maschinen machen und fertig. Und das möchte ich, ah, hier sind sie doch. Und das möchte ich so einfach nicht. Deswegen baue ich ja überall immer diese wunderschönen Sachen dran. So, da muss ich nur noch gucken, wo dann die Kabel abgezweigt werden, um jeweils zu den Maschinen zu kommen. So. Weil irgendwo hier, ich denke mal, ja, wahrscheinlich hier, jetzt ja quasi... Oh nein. Oh, verdammt. Ach. Ich vergesse das immer. Und ich glaube, hier müssen wir gar nicht so weit bauen, ne? So. Oh, ich habe hier keine mehr. Genau, so können wir das bauen. Oh, ich habe ja noch, äh, die normalen, die Rohteile. Okay, packen wir rein und, äh, wir chiseln die oben in... Fuzzy Blocks. Fuzzy Panel. Genau. Marble with large stand war es. Jetzt ist Fuzzy Panel. So. Und hier sind die ja nicht mehr offen. Hier werden die quasi dann zugemacht. Und das Stromkabel müsste ja dann da drunter gelegt werden. Oder aber man... Ja doch, man legt es da drunter. Dann muss ich da nochmal dran. Okay. Oder man macht es doch offen. Ne. Vielleicht auch nur so offen. Das wäre, glaube ich, gut. Damit man weiß, wo was hergeht. Obwohl, das sieht man ja eh anhand dessen. So. Aber gut, ich würde sagen, äh, das hier nimmt langsam Gestalt an. Hier kommt dann, wie gesagt, die Verarbeitung rein. Ich gucke mal, ob ich das hinbekomme von Meckern, das im R zu verfünfachen. Das ist aber wirklich ein ganz krasser... Wie soll ich sagen? Ein ganz krasser Aufwand, den man da betreiben muss. Das ist echt Wahnsinn mit Gasherstellen und Maschinen. Und ich werde mal gucken, ob ich mich da irgendwie reinfuchsen kann. Und das war das eventuell in dem Bereich hier bauen. Wer sowas kann, wer, ähm, die Konstruktion der Maschine zufällig schon im Kopf hat und sich dann nicht mehr unbedingt reinarbeiten muss. Da würde ich mich freuen, wenn er das Bewerbungsformat ausfüllt. In der Videobeschreibung, wo er dann im Grunde mir in einem Part zeigt oder in Bildern zeigt, wie man das relativ kompakt bauen kann. Das wäre echt der Wahnsinn. Sonst gucke ich mich da selber mal durch und baue das dann hier hin. Also, haut rein. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Part von RISE. Tschüss.